ein glück habe ich ein bett ich habe auch ein bett unser hundezwinger bist du schon im bett wird ich jetzt auch zombie wo es kommt das fiech darf sich nicht an die wand legen noch mal mit das haus stellen legt sich doch einfach in die bibliothek das mache ich jetzt auch fickt euch ihr scheiß zombies so jetzt aber ich habe das doch schon extra 1 vom haus weg gemacht und muss das noch mal um 12 erweitern jetzt hat es geklappt das eben bisschen größer machen er ist ziemlich bringen wir das holz mal runter ich bin noch nicht fertig ich muss erst noch fahren ja wenn du fertig bist what the fact dass ein hund im unseren zimmer unsere wohnung ist es mein hund diese kommt mein hund hier rein kommen mit pfiffi ja nicht wo auch sondern ja fail wo ist er du trägst kötter satz mit kommen man oh alter du siehst du alter sollte erst noch steak holen oder was ja komm man ganz seinem hund ja sonst nichts du kriegst aber das rohesteak also halt die schnauze und toll nicht rum mal gucken wenn wir dass ich sowas baue dass wir in den netter können in die hölle johle jetzt kommt damit voll idioten hund ja und da bellt da ich mache dir extra die fosten weg voll fosten hund komm es geht echt da drüben scheiße komm mit hund ja es funktioniert meine zombie falle funktioniert komm rein hund komm hallo zombie oh jetzt geht er wieder weg der sei doch bloß so eine zombie falle funktioniert so ein hund ist schon scheiße und rein und herz stecker bekommen hier durch diese blöde tier sollst du durch wenn du nicht in zwei sekunden die hunger in fünf sekunden ich in den hunde zwingen ab ist bringe ich dich um 54 bringen wir mal ein bisschen holz 321 du bist erledigt scheiß hund alter ich zeichne umgebracht so ich geh jetzt holzfarm satte es verdient der hund wer nicht wer nicht hören will muss spüren dort erst möchte ich mal das ding hier zu aber vorher setze ich hier noch fackeln rein nicht dass du noch irgendeine scheiße es funktioniert es funktioniert geil krongshäcksler funktioniert wirklich ich habe den im einfachen stil nachgebaut jetzt bräuchte nur noch eine tür geil tja ist doch schön dass es funktioniert dann mache ich das glas mal raus holz 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 rein oh mein gott ihr denn eine freak zombie freak freak der läuft schon von selbst in die falle rein der voll idiot lol bestimmt anziehen noch ein zombie geil ja so früh gestorben muss ich noch mal rein eigentlich müsste funktionieren noch glas nein ich komme da nicht ganz oben bringen wir mal glas mit ich bin gerade beim holzfarm soll es hier kann ich auch noch mitnehmen kann man vielleicht noch neue scheiße setzen und zombie das leckt er wird immer haben wir den abgang hier zu dem dann schon runter haben wir den selbst aus kubblestone gemacht zu welchem dungeon ja wo du von der links rechts runter muss also wenn es das kubblestone ist dann haben wir es hundertprozentig selber gemacht ne ich muss nämlich nicht sagen kann ich auch sein dass da dann ein monster spawner ist oder nicht hundertprozentig sondern es kann schon sein es ist der uns aus verarbeitet ist heute so da ja gut das sollte gleich eine weile reichen hoch nicht da rein er ist große geklickt und es legt und es legt und es legt und es legt nex juhu versache was wir alles tun äh wird suchen da rein so ektos bam bam nähe ich habe sogar zwei einmal ich voll idiot äh egal ist das karlstone nehme ich auch mir gleich noch mit so hier kannst du erst mal ein bisschen holz haben zwei stacks und ich muss mir erst mal was ich habe was guck mal warte gleich warte 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 ich muss mich noch schnell sticks herstellen so was hast du einen neuen skin hast du monst das ne ich habe eine schere ich sehe ich sehe es bei meinem text und package sieht man das nicht hol dir mal ein anderes dein zu schwul und das was ich habe ich habe mieser zu alt hallo schärfe wert sachen wort dreimal wolle hier hier ist ja auch noch eisen ach kacke was könnte man sich herstellen eisen schaufel eisenachs wo sind hier freien sticks hier wenn wir mal zwei eisen schaufeln leck eisen spitz hatten noch mal zwei ich kann ja inventar ist voll flints habe ich noch blumen 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 ja ne nur diese farbe ich habe auch keine weil ich stelle mal ein paar brote her hat zuerst aber zuerst hey hier habe ich noch ein bone kann auch weg gravel 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 soja das werkzeug paper sand mal ein bisschen ordnung hier reinbringen federn und paper kommt zu sonstiges dann habe ich noch ich gehe jetzt erst mal angeln das will ich mal ausprobieren wie macht man angeln wie macht man das muss einfach ins wasser werfen wo werfe ich das nur ins wasser hier ich höre überall zombies und wann weiß ich dass da was dran ist weiß ich nicht muss da halt irgendwann dran ziehen habe ich jetzt was ne wenn so ein fisch mit rauskommt dann weiß er dass du was hast das ist das ist das ist ja ja